Ja moin Leute, heute möchte ich euch den Sternennachtflug vorstellen. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, das Ding ist ein Gleiter für 800 V-Bucks, ein Gemälde drauf zu sehen. Hier relativ cool das Ding, das ist mit einem Bild von Tilted Towers, im Hintergrund sieht man hier den Kirschturm, das muss Tilted Towers sein. Auf FNBR hat das Ding folgende Noten, hier 3,78 von 5 bei 18 Votes, am 3. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen im Shop, seitdem 11 Mal Elf Reminders, A Masterpiece of Flight. Ja, wir haben hier auch noch ein Gameplay, können wir uns mal ganz kurz anschauen, wie das aussieht, wenn das Ding in Action ist, so sieht das dann aus. Jo, also, auf jeden Fall ein cooles Teil, sieht echt nicht schlecht aus, das Ding. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaltet es jetzt mal an, wenn es wieder heißt, Fortnite, mit mir nehmt gleich, Fortnite, bis dann und tschüss.